Hallihallo, schön, dass du da bist. In diesem Video stellen wir dir das neue Themenstempelset Eukalyptus vor. Wir wollten wissen, ob wir so eine Aquarelloptik mit unseren Stempel hinbekommen und haben uns einen Test herstellen lassen. Wir sind sehr begeistert von diesen Stempeln und haben uns gleich entschlossen, dieses Set produzieren zu lassen. Auch wenn es mal nicht so unser Style ist und mehr aus Motiven als aus Wörtern besteht. Du hast auf dem Stempelset diese vier Konturen und die passenden Stempeln zum Füllen in Aquarelloptik. Als Texte sind die Stempel Dankeschön, Glücklich, Glück und Liebe drauf. Dieses Stempelset ist sehr vielseitig einsetzbar. Auf dieser Karte sind hier im Hintergrund nur die Aquarellvariante gestempelt. Zur Deko hat Anne zweimal die Zweige in Kombination mit der Kontur gestempelt, ausgeschnitten, wie ein kleines Sträußchen zusammengefasst und mit Abstandskleber auf die Karte geklebt. Ein paar Kleckse drauf, die Quadrate sind eine Stanze von Action, das Dankeschön gestempelt, eine Randlinie gezogen und fertig ist die Karte. Bei dieser Karte hat Anne die Aquarellstempel mit dem Versafine Clare gestempelt, klar embossed und danach mit einem Acrylblock, Wasser und den Neocolorfarben den Hintergrund gestaltet. Wie diese Technik genau funktioniert, haben wir dir in einem Video schon einmal gezeigt. Den Link zu diesem Video findest du hier unten in der Infobox. Durch das Embossen vermischen sich die Farben nicht und der Stempelabdruck bleibt schön klar. Hier ist die Aquarelloptik gestempelt, hier ist nur die Kontur gestempelt und hier ist beides zusammengestempelt. Du kannst auch wie hier die Kontur stempeln und dann kolorieren. Du siehst also, dieses Stempelset ist sehr vielseitig einsetzbar. Für Karten, Layouts, Minialben, als Hintergrundgestaltung oder auch für selbstgemachte Dekorationen. Dieses Stempelset ist ab Mai 2021 lieferbar. Du kannst ihn dir jetzt schon vorbestellen. Im Shop in der Rubrik Themenstempel. Alle Stempelabonnenten bestellen in der Rubrik nur für Stempelabonnenten. Denn während deiner Abolaufzeit bekommst du den Stempel zum Sonderpreis von 12€. Regulär kostet er 13,90€ und hat eine Größe von ca. A6. Was hältst du von unserem neuen Stempelset Eukalyptus? Schreib es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!